Lucius Annois Seneca, ein prominenter römischer Staatsmann, Redner und einflussreicher stoischer Philosoph des ersten Jahrhunderts nach Christus, hat ein bleibendes Erbe hinterlassen mit seinen tiefen Einsichten zu verschiedenen Aspekten des Lebens, einschließlich der Bedeutung des fortwährenden Lernens und effektiven Zeitmanagements. In seinem moralischen Aufsatz mit dem Titel »Über die Kürze des Lebens« erklärte Seneca leidenschaftlich die endliche Natur unserer kostbarsten Ressource, der Zeit und bot zeitlose Weisheit, die selbst in der modernen Welt nachhalt. 1. Zeit als gut schätzen Eine der überzeugendsten Einsichten Senecas dreht sich um den Gegensatz, wie Individuen ihre materiellen Besitztümer sorgfältig hüten, aber paradoxerweise dazu neigen, Zeit zu verschwenden. In seiner philosophischen Abhandlung betont Seneca nachdrücklich die Notwendigkeit, Zeit als unbezahlbares und unersetzliches Gut anzuerkennen. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die allgegenwärtige Tendenz, materielle Vermögenswerte wie Eigentum und Besitz zu schützen, weist jedoch ebenso scharfsinnig auf die relative Vernachlässigung hin, die viele im Zeitmanagement zeigen. Senecas Standpunkt basiert auf der Überzeugung, dass Zeit im Gegensatz zu materiellen Besitztümern eine endliche und irreversible Ressource ist. Während Menschen ihre persönlichen Habseligkeiten gewissenhaft sichern, übersehen sie oft die vergängliche Natur der Zeit und behandeln sie mit einer gleichgültigen Haltung. Indem er Individuen dazu auffordert, ihre Beziehung zur Zeit neu zu bewerten, möchte Seneca ein tiefes Bewusstsein für ihre kostbare und nicht erneuerbare Essenz vermitteln. Die Perspektive des Philosophen entspricht der Idee, dass Zeit, einmal verbraucht, nicht zurückgewonnen oder aufgefüllt werden kann. Im Wesentlichen plädiert Seneca für einen Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung und Nutzung von Zeit in der Gesellschaft und fördert eine Denkweise, die ihre Knappheit und Bedeutung anerkennt. Dieser Aufruf, Zeit als wahre zu schätzen, unterstreicht die Notwendigkeit, Achtsamkeit und Zielgerichtetheit in das tägliche Leben zu integrieren, um eine tiefere Wertschätzung für die zeitliche Dimension zu entwickeln, die oft unserer bewussten Überlegung entgeht. 2. Investiere nicht deine ganze Zeit in die Vorbereitung auf die Zukunft. Senecas Kritik an der weit verbreiteten Neigung, eine übermäßige Menge Zeit für akribische Vorbereitungen auf eine ferne Zukunft aufzuwenden, dient als eindringliche Erinnerung an die Bedeutung, den gegenwärtigen Moment zu umarmen. In seiner philosophischen Abhandlung warnt Seneca vor der gängigen Praxis, Glück zugunsten einer unsicheren Zukunft aufzuschieben, und plädiert für einen ausgebobinären und achtsamen Ansatz im Zeitmanagement. Der stoische Philosoph argumentiert, dass eine übermäßige Fixierung auf zukünftige Vorbereitungen dazu führen kann, dass Individuen den Reichtum des aktuellen Moments übersehen. Indem er die Menschen dazu ermutigt, im Hier und Jetzt zu leben, betont Seneca die Notwendigkeit, Erfahrungen, Freude und Chancen zu genießen, die sich in der Gegenwart entfalten. Er warnt vor den möglichen Fallstrecken, durch unermögliche Investition von Energie und Aufwand in eine Zukunft, die sich möglicherweise nicht wie erwartet entwickelt, die Reichhaltigkeit des gegenwärtigen Moments zu übersehen. Senecas Rat entspricht dem breiteren philosophischen Thema, ein gut gelebtes Leben in der Gegenwart zu umarmen, anstatt der Illusion zu erliegen, dass Erfüllung und Zufriedenheit ausschließlich von zukünftigen Erfolgen abhängen. Indem er vor einem übermäßigen Vertrauen in ein spekulatives und entferntes Morgen warnt, fördert Seneca eine Neuausrichtung der Prioritäten und betont die Bedeutung, Zufriedenheit und Sinn im unmittelbaren gegenwärtigen Umfeld zu finden. Im Wesentlichen fordert die Weisheit Senecas Individuen auf, eine Balance zwischen verantwortungsbewusster Planung für die Zukunft und bewusster Auseinandersetzung mit der Gegenwart zu finden. Diese Perspektive fördert eine Denkweise, die den inneren Reichtum jedes Moments schätzt und das Aufschieben von Glück abhängig von zukünftigen Ereignissen entmutigt. Auf diese Weise lädt uns Seneca ein, unsere Beziehung zur Zeit zu überdenken und einen ganzheitlichen und erfüllten Ansatz für die sich entfaltende Reise des Lebens zu fördern. 3. Liebe für dich selbst Senecas philosophische Haltung stellt die konventionelle Überzeugung in Frage, dass die Länge eines Lebens ausschließlich durch den Verlauf der Jahre bestimmt wird. In einem tiefgreifenden Abweichen von bloßem chronologischem Alter plädiert Seneca für ein sinnvolles und zweckgerichtetes Dasein, in dem er die Bedeutung der Verfolgung eigener Träume und Wünsche betont. Er argumentiert, dass echtes Leben über die bloße Langlebigkeit hinausgeht und eng mit der Erfüllung verbunden ist, die sich aus der Ausrichtung der Handlungen an persönlichen Leidenschaften ergibt. Der stoische Philosoph drängt Individuen dazu, sich von gesellschaftlichen Erwartungen und Normen zu lösen, die ihre Bestrebungen einschränken können. Anstatt sich passiv dem Verlauf der Zeit zu ergeben, ermutigt Seneca zu einem proaktiven Engagement im Leben. Zentral für seine Philosophie ist die Idee, dass wahres Leben bedeutet, Zeit und Energie in die bewusste Gestaltung eines Lebens zu investieren, das mit den tiefsten Aspirationen und Werten in Einklang steht. Im Wesentlichen unterstreicht die Perspektive Senecas die Bedeutung von Authentizität und Selbstbestimmung bei der Suche nach einem erfüllten Leben. Indem er die Vorstellung in Frage stellt, dass ein langes Dasein gleichbedeutend mit einem Gutgelebten ist, fordert er Individuen auf, die Qualität ihrer Erfahrungen zu reflektieren, anstatt sich auf die Quantität der Jahre zu konzentrieren. Dies erfordert eine bewusste und gezielte Investition in die Verfolgung persönlicher Träume, um ein Gefühl von Zweck und Zufriedenheit zu fördern, das über die bloße Anhäufung von Jahren hinausgeht. Die Weisheit Senecas dient als kraftvoller Aufruf zur Aktion und drängt Individuen dazu, die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen und die Kultivierung eines Lebens, das sie wirklich lieben, zu priorisieren. Auf diese Weise lädt er zu einer Neubewertung gesellschaftlicher Erwartungen ein und fördert einen Wandel hin zu einem individuellen und bewussteren Ansatz zum Lieben. Letztendlich plädiert die Philosophie Senecas für ein authentisches Leben, das von persönlichen Leidenschaften und einer bewussten Ausrichtung an innersten Wünschen geleitet wird. 4. Über die Prämeditatio Malorum – Negative Visualisierung Seneca führt eine tiefgreifende kognitive Strategie ein, bekannt als Prämeditatio Malorum oder Negative Visualisierung, um die Bereitschaft und Widerstandsfähigkeit angesichts von Herausforderungen zu stärken. Diese stoische Praxis beinhaltet das Bewusste in Betracht ziehen potenzieller Hindernisse, Rückschläge oder Ablenkungen, bevor man eine bestimmte Aufgabe in Angriff nimmt. Auf diese Weise können sich Individuen mental auf Widrigkeiten vorbereiten und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Schwierigkeiten zu überstehen und ihre Ziele zu erreichen. Die Essenz der Prämeditatio Malorum liegt in ihrem proaktiven Ansatz zur Antizipation von Hürden. Seneca argumentiert, dass durch bewusstes Visualisieren möglicher Schwierigkeiten, man sich gegen den Schock oder die Entmutigung wappnen kann, die inmitten von Widrigkeiten auftreten können. Diese mentale Vorstellung fördert nicht nur eine widerstandsfähige Denkweise, sondern dient auch als strategisches Werkzeug für effektive Problemlösung. In praktischer Hinsicht ermutigt die Praxis der Prämeditatio Malorum Individuen, sich mit den verschiedenen Herausforderungen auseinanderzusetzen, die während der Verfolgung eines Ziels auftreten können. Durch das mentale Navigieren potenzieller Hindernisse gewinnen Personen ein nuanciertes Verständnis der damit verbundenen Risiken und können Kontingenzpläne entwickeln, um ihnen zu begegnen. Dieses gezielte Engagement mit potenziellen Schwierigkeiten fördert eine robuste Denkweise, die besser geeignet ist, die Komplexitäten des Lebens zu bewältigen. Darüber hinaus stimmt die Praxis mit stoischen Prinzipien überein, indem sie eine Entfremdung von der Furcht vor negativen Ergebnissen fördert. Durch Konfrontation und Akzeptanz der Möglichkeit von Herausforderungen können Individuen eine Gelassenheit entwickeln und ihren Fokus auf ihre Ziele beibehalten. Auf diese Weise wird die Prämeditatio Malorum zu einem psychologischen Werkzeug zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit, Ausdauer und Gesamteffektivität bei der Verfolgung persönlicher und beruflicher Bestrebungen. Zusammenfassend plädiert Zenikas Konzept der Prämeditatio Malorum für eine bewusste und durchdachte Betrachtung potenzieller Herausforderungen, bevor eine Aufgabe in Angriff genommen wird. Durch die Annahme dieser Praxis können Individuen mentale Widerstandsfähigkeit entwickeln, effektive Strategien zur Überwindung von Hindernissen ausarbeiten und die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Umsetzung inmitten von Widrigkeiten erhöhen. 5. Belohne langfristige Erfolge sofort Zenika geht auf die psychologischen Feinheiten ein, die mit dem Start von Aufgaben ohne unmittelbare Belohnungen verbunden sind, und erkennt die inhärente Herausforderung an, den Widerstand im Zusammenhang mit verzögerter Befriedigung zu überwinden. Um dieser kognitiven Hürde zu begegnen, schlägt er einen pragmatischen Ansatz vor, langfristige Belohnungen durch die Einführung von Anreizen von Anfang an unmittelbarer zu gestalten. Auf diese Weise beabsichtigt Zenika, die wahrgenommene Unannehmlichkeit der anfänglichen Anstrengung zu verringern und so einen reibungslosen Übergang zwischen kurzfristigen Impulsen und der Vorfreude auf letztendliche, entferntere Belohnungen zu fördern. Die Einsicht des Philosophen unterstreicht die menschliche Neigung, sofortige Befriedigung über verzögerte Vorteile zu stellen. Zenikas Vorschlag berücksichtigt die psychologische Hürde, sich auf Unternehmungen einzulassen, die anhaltende Anstrengung und Durchhaltevermögen erfordern, besonders wenn die Früchte der Arbeit nicht sofort ersichtlich sind. Als Antwort auf diese Herausforderung setzt er sich für die strategische Einführung von Anreizen oder Belohnungen zu Beginn des Prozesses ein, um eine Brücke zwischen kurzfristigen Wünschen und langfristigen Zielen zu schaffen. Das von Zenika vorgeschlagene Konzept steht im Einklang mit der Verhaltenspsychologie, die die Bedeutung positiver Verstärkung zur Motivation und Aufrechterhaltung produktiver Verhaltensweisen anerkennt. Indem man die anfängliche Phase einer Aufgabe unmittelbar belohnt, können Individuen ein Gefühl der Erfüllung und Zufriedenheit erleben, wodurch potenzielle Entmutigungen durch verzögerte oder entfernte Ergebnisse gemildert werden. In praktischer Hinsicht ermutigt diese Philosophie dazu, Aufgaben und Projekte bewusst so zu gestalten, dass sie inkrementelle Belohnungen oder Meilensteine enthalten. Diese frühen Anreize dienen nicht nur als Motivatoren, sondern auch als psychologische Anker, die Individuen helfen, Schwung aufzubauen und die Herausforderungen der anfänglichen Phasen einer langfristigen Bemühung zu bewältigen. Zusammenfassend lädt Zenikas Weisheit zu einem strategischen und nuancierten Ansatz für den Beginn von Aufgaben ein, indem er die psychologischen Dynamiken verzögerter Belohnungen anspricht. Durch die Integration sofortiger Anreize in die frühen Phasen einer Verfolgung können Individuen effektiv die Kluft zwischen kurzfristigen Impulsen und der Aussicht auf langfristige Befriedigung überbrücken und so einen nachhaltigeren und belohnenderen Weg zur Erreichung bedeutungsvoller Ziele fördern. 6. Maximiere die freie Zeit Zenika liegt einen erheblichen Schwerpunkt auf die Optimierung der Nutzung freier Zeit, die durch fleißige Anstrengung und harte Arbeit verdient wird. Seine Philosophie ermutigt Einzelpersonen dazu, Momente der Freizeit als wertvolle Gelegenheiten zur persönlichen Bereicherung zu betrachten. Indem er sich für Aktivitäten einsetzt, die positiv zum Leben beitragen, wie Lesen, Sport treiben oder sinnvolle Hobbys verfolgen, unterstreicht Zenika das transformative Potenzial in einem zweckgerichteten und absichtlichen Gebrauch der unbesetzten Zeit. Die Perspektive des stoischen Philosophen zur Maximierung der freien Zeit basiert auf der Idee, dass Freizeit nicht vergeudet, sondern für persönliches Wachstum und Erfüllung genutzt werden sollte. Zenikas Rat drängt Einzelpersonen dazu, sich von passivem Konsum nutzloser Zeitvertreibe zu lösen und ihre freien Momente stattdessen in Aktivitäten zu investieren, die substanziellen Wert zu ihrem Leben beitragen. Lesen, Sport treiben und sich mit Hobbys beschäftigen werden von Zenika als Wege zur Selbstverbesserung und ganzheitlichem Wohlbefinden während der Ruhepausen hervorgehoben. Indem man Aktivitäten wählt, die den Geist anregen, die körperliche Gesundheit fördern oder kreative Ausdrucksformen entfachen, können Einzelpersonen ihre freie Zeit in einen Bereich der Bereicherung verwandeln. Auf diese Weise plädiert Zenika für einen bewussten und achtsamen Ansatz zur Freizeit, der Einzelpersonen von Aktivitäten abhält, die nur die Zeit vertreiben und stattdessen zu Bestrebungen führt, die positiv zur persönlichen Entwicklung beitragen. Darüber hinaus stimmt die Philosophie Zenikas mit dem Konzept der Work-Life-Balance überein und betont die Bedeutung, nicht nur hart zu arbeiten, sondern auch die Belohnungen dieser Anstrengung während Ruhephasen zu ernten. Die Idee geht nicht nur um Untätigkeit, sondern um gezielte Erholung und Wachstum während der Phasen der Entspannung. Zusammenfassend ermutigt Zenikas Weisheit zu einem proaktiven und absichtlichen Ansatz zur freien Zeit und stellt sie als wertvolle Ressource für persönliche Entwicklung und Wohlbefinden dar. Indem man Aktivitäten annimmt, die den Geist, den Körper und die Seele bereichern, können Einzelpersonen Freizeit in ein leistungsstarkes Werkzeug zur Selbstverbesserung verwandeln, im Einklang mit dem übergeordneten historischen Prinzip, ein zweckgerichtetes und erfülltes Leben zu führen. 7. Reflektiere über deine Vergangenheit Zenika plädiert für die absichtliche und introspektive Handlung, über die eigene Vergangenheit nachzudenken, und misst dieser Praxis einen erheblichen Wert bei, um Selbstbewusstsein zu fördern und wertvolle Lektionen zu ziehen. Gemäß seiner Philosophie erleichtert eine nachdenkliche Untersuchung der persönlichen Geschichte nicht nur ein tieferes Verständnis von sich selbst, sondern dient auch als Grundlage für informierte Entscheidungen in der Gegenwart und strategische Planung für die Zukunft. Der stoische Philosoph ermutigt Einzelpersonen zu einer zweckgerichteten Rückbesinnung, indem er vergangene Erfahrungen, Entscheidungen und Ergebnisse betrachtet. Auf diese Weise können sie Einblicke in den eigenen Charakter, die Motivationen und Verhaltensmuster gewinnen. Dieses gesteigerte Selbstbewusstsein ist nach Zenika instrumental, um einen bewussteren und absichtlichen Lebensansatz zu kultivieren. Das Verständnis der Vergangenheit geht für Zenika über eine bloße Erinnerung an Ereignisse hinaus, es beinhaltet eine sorgfältige Analyse der in diese Erfahrungen eingebetteten Lektionen. Er behauptet, dass dieser reflektierende Prozess Einzelpersonen mit einem Reservoir an Weisheit ausgestattet, das ihre gegenwärtigen Handlungen und Entscheidungen informieren kann. Durch die Anerkennung von Erfolgen und Rückschlägen gewinnen Einzelpersonen eine nuancierte Perspektive, die zu effektiveren Entscheidungen in der aktuellen Situation beiträgt. Darüber hinaus argumentiert Zenika, dass eine aufmerksame Betrachtung der Vergangenheit eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung zukünftiger Bestrebungen spielt. Mit Erkenntnissen aus der persönlichen Geschichte ausgestattet, sind Individuen besser in der Lage, sinnvolle Ziele zu setzen, potenzielle Herausforderungen zu antizipieren und informierte Strategien für den Weg nach vorne zu formulieren. Auf diese Weise wird die Vergangenheit zu einem wertvollen Wegweiser für die Navigation durch die Komplexitäten von Gegenwart und Zukunft. Zusammenfassend ermutigt der Rat Zenikas zu einer absichtlichen und nachdenklichen Untersuchung der eigenen Vergangenheit und erkennt sie als ein Reservoir von Selbstkenntnis und Lektionen an. Durch eine reflektierende Introspektion können Einzelpersonen ihr Selbstbewusstsein stärken, in der Gegenwart informierte Entscheidungen treffen und strategisch für eine Zukunft planen, die mit ihren Werten und Aspirationen im Einklang steht. 8. Meide Banalitäten Seneca gibt eine warnende Anweisung gegen die allgegenwärtige Tendenz, wertvolle Zeit mit banalen Aktivitäten zu verschwenden, eine Warnung, die besonders in einer Ära, die von bildschirmbasierten Ablenkungen dominiert wird, nachhalt. Seine Philosophie unterstreicht die Bedeutung, sich von Aktivitäten fernzuhalten, die wenig Substanz bieten, und plädiert stattdessen für einen bewussten Fokus auf bedeutungsvolle Bestrebungen, die wesentlich zum persönlichen Wachstum beitragen. In unserer modernen Ära, in der digitale Bildschirme uns ständig mit zahlreichen Ablenkungen locken, gewinnt Senecas Warnung an Bedeutung. Er ermutigt Einzelpersonen dazu, wachsam zu sein gegenüber den potenziellen Gefahren, zu viel Zeit mit Aktivitäten zu verbringen, die insgesamt wenig intrinsischen Wert haben. Dazu gehören das gedankenlose Durchscrollen sozialer Medien, das übermäßige Konsumieren belangloser Inhalte oder die Teilnahme an anderen banalen Unterfangenen, die zwar kurzfristig Unterhaltung bieten, aber wenig zu langfristiger Erfüllung beitragen. Senecas Aufforderung, Banalitäten zu meiden, steht im Einklang mit dem stoischen Prinzip eines bewussten Lebens. In dem er Einzelpersonen dazu drängt, auf ihre Zeit und ihre Entscheidungen zu achten, betont er die Notwendigkeit, Aktivitäten zu priorisieren, die persönliche Entwicklung, Selbstreflexion und substantielles Wachstum fördern. Der Philosoph argumentiert, dass ein zweckorientiertes Leben den Unterschied zwischen Aktivitäten beinhaltet, die nur Zeit verschwenden, und solchen, die zu einem sinnvollen und erfüllten Dasein beitragen. Zudem erstreckt sich Senecas Warnung vor Banalitäten über die digitale Welt hinaus und umfasst verschiedene Aspekte des Alltags. Er ermuntert Einzelpersonen dazu, kritisch zu reflektieren, wie sie ihre Zeit nutzen, Gewohnheiten zu erkennen und zu beseitigen, die dem persönlichen Wohlbefinden schaden und die Verfolgung höherer Ziele behindern. Im Kern plädiert Senecas Philosophie für einen bewussten und zielgerichteten Umgang mit der Zeit und lenkt Einzelpersonen von der Anziehungskraft banaler Ablenkungen ab. Indem die Aufmerksamkeit auf sinnvolle Bestrebungen gerichtet wird, die den persönlichen Werten entsprechen und zum Wachstum beitragen, können Individuen inmitten der zahlreichen Ablenkungen, die die zeitgenössische Landschaft prägen, ein zweckgerichtetes und erfülltes Dasein kultivieren. Nacht. Investiere Zeit in die Schaffung von Erinnerungen Seneca vermittelt eine tiefgreifende Perspektive zur zeitlichen Investition von Zeit und drängt darauf, Momente bewusst der Schaffung bleibender Erinnerungen und Erfahrungen zuzuweisen. In seiner Philosophie behauptet er, dass diese Erinnerungen im Gegensatz zu materiellen Besitztümern Katalysatoren für anhaltendes Glück sind und eine entscheidende Rolle bei der Formung der Identität und der Beeinflussung zukünftiger Entscheidungen spielen. Der stoische Philosoph ermutigt zu einer bewussten Verschiebung von Prioritäten und betont den intrinsischen Wert von Erfahrungen gegenüber der Anhäufung materiellen Reichtums. Laut Seneca tragen die Erinnerungen, die wir durch gemeinsame Momente, Abenteuer und bedeutsame Begegnungen kultivieren, einzigartig dazu bei, unser langfristiges Wohlbefinden zu fördern. Er schlägt vor, dass die Tiefe dieser Erinnerungen die flüchtige Befriedigung von materiellem Besitz übertrifft und eine tiefere und dauerhaftere Quelle des Glücks bietet. Senecas Rat stimmt mit dem zeitgenössischen Verständnis der Psychologie des Glücks überein, dass die Bedeutung von erlebnisorientierten Unternehmungen zur Förderung eines Gefühls der Erfüllung hervorhebt. Indem man Zeit in die Schaffung von Erinnerungen investiert, beteiligen sich Einzelpersonen an einem Prozess, der nicht nur sofortige Freude bringt, sondern auch zu einem Reservoir von Erfahrungen beiträgt, die ihre emotionale Landschaft und insgesamt ihre Lebenszufriedenheit gestalten. Darüber hinaus impliziert die Philosophie Senecas, dass Erinnerungen als Lehrkräfte in unserem Leben fungieren. Die Erinnerung an vergangene Erfahrungen beeinflusst Entscheidungsfindungen, hilft Einzelpersonen dabei, Herausforderungen zu bewältigen, und informiert die Entscheidungen, die sie in der Gegenwart treffen. Auf diese Weise werden Erinnerungen zu einem dynamischen und integralen Bestandteil der persönlichen Erzählung und tragen zur kontinuierlichen Entwicklung von Identität und Werten bei. Zusammenfassend plädiert Senecas Weisheit für eine bewusste Investition von Zeit in die Schaffung von Erinnerungen und hebt ihre anhaltende Auswirkung auf Glück und persönliche Entwicklung hervor. Durch die Priorisierung von Erfahrungen gegenüber materiellen Besitztürmern können Einzelpersonen nicht nur ein bedeutungsvolles und erfüllenderes Leben gestalten, sondern auch ein Mosaik von Erinnerungen bieten, das ihren Lebensweg beeinflusst, ihre Identität formt und ihre Entscheidungen auf dem Weg zu einem zweckgerichteten Dasein lenkt. 10. Investiere Zeit in Philosophien Seneca plädiert für die bewusste Zuweisung von Zeit zur Beschäftigung mit Philosophie, die er als die Liebe zur Weisheit betrachtet. Seiner Ansicht nach ist die Philosophie zu umarmen gleichbedeutend mit einer horizontalen Erweiterung unseres Lebens, die das Alltägliche überwindet und in die tiefen Bereiche von Wahrheit, Tugend und einem verbesserten Verständnis von Leben und Tod eindringt. Sich mit philosophischen Texten zu beschäftigen, so Seneca, dient als wertsames Mittel, um kondensiertes Wissen und Weisheit zu erlangen, und bereichert unsere intellektuelle und moralische Landschaft. Für Seneca ist die Philosophie keine bloße akademische Übung, sondern ein transformativer Einsatz, der den Horizont unseres Daseins erweitert. Es beinhaltet eine tiefe Erforschung fundamentaler Wahrheiten, die Kultivierung tugendhaften Lebens und ein kontemplatives Verständnis der Komplexitäten von Leben und Sterblichkeit. Durch die Investition von Zeit in philosophische Bestrebungen können Individuen ihre Perspektiven über die unmittelbaren Anliegen des täglichen Lebens erheben und ein tieferes und nuanciertes Verständnis der menschlichen Erfahrung fördern. Die Betonung des stoischen Philosophen auf die Auseinandersetzung mit philosophischen Texten unterstreicht den Glauben, dass kondensierte Weisheit in diese Schriften eingebettet ist. Philosophische Werke dienen als Sammlungen von Erkenntnissen, die aus den kollektiven Überlegungen von Denkern im Laufe der Zeit gewonnen wurden, und bieten Lesern die Möglichkeit, Wissen und Weisheit aus verschiedenen Perspektiven zu destillieren. Seneca ermutigt Einzelpersonen dazu, sich in die intellektuelle Reichhaltigkeit philosophischer Literatur zu vertiefen, um ein umfassenderes Verständnis der Welt und ihrer eigenen Position darin zu erlangen. Darüber hinaus stimmt Senecas Befürwortung für die Beschäftigung mit Philosophie mit der breiteren stoischen Tradition überein, die Philosophie nicht nur als akademische Disziplin, sondern als praktischen Leitfaden für ein tugendhaftes und sinnvolles Leben betrachtet. Durch die aktive Auseinandersetzung mit philosophischen Ideen können Einzelpersonen moralische Herausforderungen bewältigen, existenzielle Fragen angehen und eine widerstandsfähige Denkweise angesichts der Unsicherheiten des Lebens entwickeln. Zusammenfassend fordert Senecas Rat Einzelpersonen dazu auf, Zeit in die Beschäftigung mit Philosophie zu investieren und erkennt sie als eine transformative Reise an, die das Leben horizontal erweitert. Durch die Suche nach Weisheit, Wahrheit und tugendhaftem Verständnis sowie durch das Eintauchen in philosophische Texte können Einzelpersonen ihr Leben mit konzentriertem Wissen und tiefen Erkenntnissen bereichern und ihre intellektuelle und moralische Entwicklung auf ihrem Weg zu einem sinnvollen Dasein fördern. Senecas Lehren zur Zeitgestaltung plädieren grundlegend für eine bewusste und gezielte Ausrichtung auf das Leben. Seine Philosophie liegt einen starken Schwerpunkt auf die Würdigung der Bedeutung des gegenwärtigen Moments und betont die Notwendigkeit einer verantwortungsbewussten und zielgerichteten Nutzung unseres kostbarsten Vermögens, der Zeit. Im Wesentlichen fordert Senecas Weisheit Einzelpersonen auf, ein aufmerksames Bewusstsein für die zeitliche Dimension zu entwickeln und sie zu einer bewussteren und bedeutungsvolleren Auseinandersetzung mit der sich entfaltenden Reise des Lebens zu führen. Auseinandersetzung Auseinandersetzung Auseinandersetzung